Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und ich hoffe wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Wir waren die letzte Woche wieder ein wenig fleißig und haben ein paar Aktivitäten in WoW abgeschlossen. Und da wollen wir uns mal den Great Vault mit Main und mit einem Twink angucken. Und ja, mal gucken was rauskommt. Wir stellen hier einmal vielleicht auf Wächter um. Also ich müsste letzte Woche RBG gemacht haben, M+, und ich war auch im Raid unterwegs. Also ich müsste aus allen drei Bereichen einmal ein Loot kriegen. Und wir hatten tatsächlich den Kopf drin, im NHC, die letzte Woche. Wahrscheinlich kriege ich jetzt aus dem Vault auch nochmal so einfach ewig oft gefarmt und dann zweimal bekommen. Nee, aber hier sind nicht drin. Okay, also ihr seht, ich war NHC einmal unterwegs, wie gesagt, wegen dem Transmorkopf. Den habe ich zum Glück jetzt. Heißt, ich muss nicht mehr NHC rein. Nein, jetzt werde ich wahrscheinlich so ein bisschen weiter den NHC-Kopf farmen. Dann haben wir eine Taille mit Tempo-Maß. Warte mal, das ist der ganz gleiche Gürtel, oder? Aber, Moment, der ist 226 und den, den ich habe, der ist 220. Also das wäre ein Upgrade. Und was haben wir hier unten? Habe ich da ein Transmork-Item? Ja, das wäre zumindest hier, Transmork-technisch wäre das noch ein Upgrade. Aber ich glaube, da nehme ich lieber das Gear-Teil. Ich muss mal gucken. Gürtel genau habe ich zu 20. Noch ein paar andere Teile auch, wie unter anderem Ringe und 1-2-Trinket-Geschichten. Heißt, ich würde sagen, dann nehmen wir den Gürtel. Tempo-Versa ist tatsächlich ein ganz gutes Stat-Kombi. Gut wäre noch gewesen, wenn Versa natürlich hier auf einem hohen Stat wäre. Aber naja, ich will jetzt nicht motzen. Es ist unsterstörbar drauf. Heißt, wir sparen uns ein paar Repkosten. Gut, das ist doch ein nettes kleines Upgrade-Teil. Nehmen wir das doch mal mit. So, dann können wir das auch anlegen. Dann erhöht sich hier das durchschnittliche Item-Level, wie ihr seht. Heißt, auf maximal Item-Level habe ich jetzt einen 226er-Durchschnitt. Das ist doch eine schicke Geschichte. Ich muss mal gucken, wo habe ich denn noch was Blaues an? Genau, einen Ring. Ein Ring fehlt mir quasi noch, den ich hochbasteln könnte. Und gut, ich habe 226er-Trinkets, habe ich aber diesen halt kacke. Ich denke mal, da tut es das Legendary so ein bisschen rausreißen. Das ist ja 235, dementsprechend zieht mich das ein bisschen hoch. Aber zumindest das Show-Item-Level ist da jetzt mal nicht so verkehrt. So, dann waren wir mit einem Twink auch noch unterwegs. Und zwar swappen wir mal rüber mit meinem Night-Fee Druid. Und ich glaube, der dürfte nichts Krasses rauskriegen, oder? Ich bin im Überlegen, ich war mit dem NHC, da dürfte der eigentlich keine Upgrade brauchen. Weil, wie gesagt, das Transmog-Item haben wir ja jetzt bekommen. Okay, ich dachte mir schon, dass es nochmal drin sein könnte. Aber nein, ist es nicht. Was nehme ich hier? Komm, wir nehmen das Stiegier. Das kannst du mit dem nächsten Patcher gegen Twink-Gear umtauschen. Und das ist jetzt, denke ich mal, auch nicht ganz verkehrt. Nehmen wir das mal mit. Und ich denke mal, mit dem werde ich jetzt... Naja, vielleicht... Ich könnte mit dem eigentlich auch HC laufen, wegen dem HC-Kopf. 210 hat der ja zumindest sich so nach und nach zusammengeklamüsert. Das könnte wahrscheinlich schon ausreien. Gut, war doch halbwegs erfolgreich. Ich würde sagen, damit lassen wir es bewenden. Sockeln muss ich ja nichts, oder? Gürtel konnte ich, glaube ich, nicht sockeln. Sonst hätte ich ihn sicher gesockelt. Umtransmoggen muss ich noch, dass ich das nicht vergesse. Wo haben wir denn hier? Hier mein schönes Jack, das zumindest dafür noch gut ist. Einmal Transmog drauf. Und dann sind wir tatsächlich auch schon durch. So nach und nach, ne? Jetzt kommt ja wahrscheinlich bald Patch 9.1 in den nächsten Monat, vermute ich mal. So langsam bin ich zumindest auch zu 26er Durchschnitt. Und dann können wir geschmeidig in den neuen Patch rein starten mit Hibix vernünftigen Gier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!